Ne, ne, einfach so nach hinten. Nach hinten so. Ja, aber gerade. So, grüßt man das. Keine Ahnung von euch noch nie Turnieren? Mal grüßen. Nein, grüßt man nicht eigentlich nur so. Ja, dankeschön. Ich bin scheinbar die Einzige hier. E-Dressur bin ich früher. Ja, also selbst da muss man so grüßen. Ne, das hängt an der Mama. Streng dich ein bisschen drücken. Frei. Sprungfrei. Weißt du, sprungfrei. Sagt mal. Ich glaube, du musst ganz gerade rankommen. Ich bin nur ganz gerade. Und äußere Beine. Und innerer Zügel. Los, sprungfrei. Mit deinen Beinen. Bleib dran, bleib dran. Ja. Ja. Bleib dran. Ja. Sprungfrei. Bein dran, Bein dran, Bein dran. Bein dran, Bein dran, Bein dran. Ja, das ist witzig. Oh, Jubel, Jubel. Untertitelung. BR 2018